Und wenn ich meine Lange schaue, ich sehe die anderen Naja, ähm, toll. Finde ich echt klasse. Und sie war doch echt süß. Sehr erotisch. Tolle Performance. Das kommt ja immer gut an bei Männern, glaube ich. Wenn so junge Bester so tun, als willst du genau was läuft. Aber das habe ich schon verstanden. Sie ist irgendwie die Lolita. War sie ja auch, weil sie war ja noch so jung. Ich glaube so 14 erst. Ein so junges Mädchen und mit so einem Image. Die damals 17-jährige Alizee wird mit dem erfolgreichen Sommersong über Nacht zum französischen Teen und Sex Symbol. Das ist halt ein Popsong und die Franzosen machen wunderbare Popmusik, super produziert. Ich finde auch, dass wir ruhig in Deutschland ein bisschen mehr französische Songs hören können.